Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars. Hallo! Bitte? Was? Oh ja, danke. Ich wollte schon gerade darum bitten, dass ich mal irgendwas tolles bekomme und da ist es auch schon. Dann mache ich mir nur noch ein Schwert und dann habe ich's. Dann gehe ich mal da rüber. Passt auf, ich nehme das mit und dann bin ich da drüben. Hier. Hallo? Da bin ich auch schon. Wie geht's? Oh, da ist noch einer. Ja, irgendwo hier ist noch einer. Ich habe doch da gerade irgendwen. Oh Gott. Schnell. Oh ja, was zur Hölle. Noch eine Enderpearl. Oh Gott, das war die Falle, dass ich da immer noch drauf reinfalle. Das ist so lächerlich. Gibt's hier noch was? Oh ja, stimmt, ich kann hier verzaubern, ne? Auch nice. Noch eine Enderpearl. Da oben ist einer. Oh ja, was macht ihr denn da oben? Oh, nicer Kram. Richtig nicer Kram. So, ich brauche Kraften. Lass mich noch anders schlafen, so. Oh, 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 hier ist jemand. Aber wo? Oh Gott, was machst du denn? Warum bist du denn so nackt? Hä? Wow. Was war denn mit ihm falsch? So, da hinten ist jemand. Da ist jemand. Äh, soll ich mich da hinporten? Nee, oder? Nee, 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 das ist nicht gut. Aber der kommt bestimmt jetzt runter, passt auf. Ich nehme mal kurz das da und dann bearbeite ich den mit Lava. Das ist nice. Oh, was macht er denn? Komm. Nice. Nein, 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 nein. Oh Gott, wie dumm. Das war so riskant. Äh, äh, er ist da. Oh Gott, und der andere auch. Nein, 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 nein. Abstand bitte. Kurz verzaubern. Nein, da war Rückstoß. Da war ein Verrückstoß und ich nehme es nicht mit. Ach nee, nee, warte doch, warte doch. Oh Gott, was machst du? Ach nein. Oh, er fällt. Hä? Was war das denn? Zack. Da habe ich dich. Er kann einfach so weit weg springen. Das ist so kacke. Komm. Flieg, flieg, flieg. Und er ist... Ha! Tod. Oh Mist. Oh Mist. Das war knapp. Und jetzt ist er da drin. Perfekt. Na komm, komm runter. Na komm. Mist. Meine arme Lava. Aber naja, ich habe es. Alles, alles locker, easy. Alles noch gut. Ich bin noch voll mit dem Leben im Leben. Aber es geht. So. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt mal im Team mit dem Shigetsi. 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 Genau. Ja, eine Enderpearl. Hui. Niceer Typ wieder mal. Hä? Der hatte... Der hatte eine Enderpearl scheinbar. Du hast die Enderpearl dafür benutzt? Warum? Und warum gehst du wieder zurück? Okay. Ja, kann man machen. Ich gehe dann auch mal wieder zurück. Ich... Wir spielen jetzt einfach zusammen. Ah, er equippt sich. Alter, was hast du denn? Hier... Oh, das braucht gar nicht eine Helmküsse noch von mir. Ich equippe dich jetzt. Äh, er kämpft. Er kämpft. Warte, warte, warte. Ich helfe dir doch. Papa kommt. Papa kommt. Ja. Nochmal erwischt. Was hat der überhaupt für Equipped? Alter, das ist doch... Oh, lol. Er ist einfach runtergejumpt. Oh, Essen. Nice. Oh, er kämpft wieder. Warte, ich rette dich wieder. Ja. MP. Sehr gerne mache ich das. Gib mir sein Equip. Ah, danke. Okay. Schwert. Ja, genau. Das wollte ich. Das brauche ich nicht. Aber ich kann mal das hier nehmen. Nicht, dass mich gleich einer mit Lava überhäuft. Ist da noch irgendwas? Nee. Ach, der ist toll. Der greift wenigstens mal an. Das ist die richtige YOLO-Maschine, der Typ. Komm mit. Da hinten sind die letzten, glaube ich. Oder ist das nur einer? Man weiß es nicht. Ah ja. Oh nein. Nein. Bitte nicht verrecken. Aber du hast so gutes Equip. Du kannst gar nicht sterben, oder? Ist das möglich? Warte, warte, warte. Ich hole den. Ich hole den. Hallo. Hallo. Vor allem ein Knockback. Ach man, der Arme. Lebst du noch? Nee. Ach ja. Ach. Ich war ja zu zweit. Deswegen war das nur ein Gegner. Okay, habe ich verstanden. Und. Hui. Das war ein... Auch das hat Spaß gemacht. Der Wunder zu plumpsen. Was macht er denn da? Bitte dreh dich nicht um. Komm. 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 Und tschüss. Bis dann. Das ist so geil, wie die da immer stehen bleiben und einfach denken, dass da rein gar nichts passiert. Oh Gott. Ist der gerade meinen Weg gegangen? Oh nein. Hier, nimm das. Was hast du für ein Equip? Ganz im Ernst. Und er hat noch eine... Enderpearl. Sein gesamtes Equip ist weg. Oh nein. Der hatte... Hast du dich gerade fast... Die Lava hat sich weggebackt. Ich hasse das. Ey, ganz im Ernst. Es ist so verbuggt. Es ist... So verbuggt gerade. What the fuck? Er brennt immer noch. Guckt's euch an. Was leckst du denn aus so? Oh. Nice. Was war das da gerade? Die Lava kommt wieder zurück. Hä? Das macht ja nicht mal Sinn. Kann man... Kann man bringen. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man Spaß dran hat. Worte ich ne Scheißwaffe. Gut, dass ich gewonnen hab. Ist ein bisschen kritisch, ne? Hier mit dem Item und so. Was willst du denn von mir? Enderpearl. Flieg und Sieg. Angriff. Der Angriff wurde vollzogen. Oh nice. Warte mal. Danke für die Diersachen. Das hätte ich auch noch gerne. Danke. So. Er lootet auch. Einfach weiter. Das ist super nett. Können wir beide einfach ein bisschen rumgucken. Ich schub sie noch runter. Er hat alle Items verschwendet. Genauso mag ich das. Oh nein. Was willst du denn? Was... Was willst du von mir? Der, der, der... Hat der ein Knockback-Ding? Hä? Was wolltest du... The fuck? Wir sind hier... In einem super engen Gang und... Man kann mich eigentlich gar nicht runterschubsen. Und er probiert's. Es leben gerade noch zwei weitere Spieler. Nur wo? Oh da. Hallo. Du kommst... Das ist also... Wie die zuvorkommend sind. Ist ja unfassbar. Und wie blind ich manchmal bin. Ist auch... Seid ihr blöd? Er ist tot. Nee, ist er nicht. Wo ist der andere? Weißt du? Rette dich. Und dann porte ich mich zu dir. Das wär das Beste. Du freust dich gerade, dass du überlebst. Und dann... Wow. Hä? Hä? Er schafft es sich da zu retten und scheitert dann, obwohl er schon Wasser geplantet hat? Da hinten ist der letzte Typ. Hey, was machst du da zu Hause bei dir? Oh nein, er baut sich hoch. Ach schade. Dachte ich könnte einfach jetzt rüber porten und dann hab ich's. Ja, da ist er. Warte, 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 warte. Ja, komm rüber. Genau. Und dann... Überrasche ich dich da. Ja. Warte, warte, warte. Er sieht's nicht. Tschüss. Zack. Einmal das. Lava hab ich nicht. Ne, schade. Ach komm. Hier, nimm das. Zünd mich selber noch an. Und dann... Baller ich dich einfach weg. Ach, das war... Das war einfach ein Kinderspiel, Leute. Ein wirkliches Kinderspiel. Hui. Hallo. Bin grad, äh, in meiner letzten Runde und, äh, habe gerade leider F1 gedrückt. Ich sehe überhaupt nichts. Oh Gott. Alter. Was hat der... Chef 1? Das ist mir schon so oft passiert. Da drück ich gerade F5. Will euch Hallo sagen und dann werde ich angegriffen. Ob die Leute dafür einen Detektor haben? Wissen die das? Dass ich gerade aufnehme und dann greife ich mich mit Absicht an. Da unten ist jemand. Oh, hey. Ist hier denn schon alles weg? Ja. Relativ. Aber ich habe einiges an TNT. Warte mal. Das kann ich doch nutzen. Oder? Moment. Hier immer ein bisschen nach unten. Nicht, dass ich hier gleich überrascht werde. Und dann baue ich mir... Sowas hier. Das nennen sie hier... Ein Schalder. Schal-Schal-Schaldi. Schal-Schalder. Komm, machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Und dann... Kurz mal ein bisschen hochgehen, ne? Dass ich... Nicht allzu viel Damage bekomme. Und da... Steht der auch schon. Ach komm, weißt du was? Dann hier. Zack. Überrascht und du bist tot. Was hat der da bitte gemacht? Hier ist er einfach gar nichts. Der hat einfach nur gekämmt. Kann das sein? Oder war hier was? Bevor ich alles weggesprengt hab. Man weiß es ja nicht. Kann auch sein, ne? Hier mal rüber. Woran... Was? Er wurde getötet? Ah, er ist da unten. Okay. Ja, warte mal. Guten Tag. Hier. Ist der Lava für dich? Ne, ich geh mal weg, ne? Ich geh mal weg. Machen wir noch so. Dann noch so. Viel Spaß damit. Leute, er wurde wieder runtergezogen. Alter, was für eine Zerstörung. Also das war richtig gut. Aber man ist es auch nicht anders von mir gewohnt. Dann schreibt mir in die Beschreibung. Da ist alles verlinkt. Bewertet den Part. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.